Einen wunderschönen guten Tag, all ihr lieben Menschen da draußen vor dem Bildschirm. Und willkommen zurück zu einer neuen, fröhlichen Folge im Sterbesimulator 2023 mit mir, der Voddelmodel und dem Sonnbührer. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, auf alle Fälle. So, ja, nach der glorreichen letzten Folge, äh, Geil, ne? Ja, hab ich natürlich hier die Aufstehkrankheit. Ja, das war, Leute, ganz ehrlich, ich ärgere mich, dass ich das nicht mit aufgenommen hab. Das war so lustig. Aber gut. Ja, du wirst halt hier sterben, uah. Ja. Was ist das für einer? Das ist halt normaler Kriecher, ja. Boah, ich bin immer von den anderen Mods so geschädigt. Ja. Da sind das immer diese... Ja, hier sterben hast du sofort weniger Wellness, ne? Ja. Ich bin jetzt wieder auf 70. Letzte Problem. Ja, äh, hier ist keine Schande, wenn man mal flieht. Das ist, äh... Das darf man. So, aber ich bin echt vollgepackt. Lass uns bitte die Quest am besten schon machen. Äh, ja, Sekunde. Mhm. Oh, genau. Ich... Soll ich's annehmen? Ja, ja, mach mal. Ah, sie kommt trotzdem, okay? Da bin ich da. So. Ich will nicht sterben. Ich hab ihr das Bein weggeschossen. Oh, ey, weißt du. Hallo, Medei. Ganz ehrlich. Ich muss echt... Ich muss hier Sachen rauswerfen, dass ich... Warte mal, ich nehm die Sputze. Oh, jetzt ist hier schon wieder eine Wanderhunde. Mal reingehen. Oh, hier sind nur Rennende. Äh, 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 äh. Ah, jetzt bin ich in den falschen Raum gerannt. Nein. Nein, Baby. Was machst du da? Ich bin in der Garage. Boah. Ah. Kurze Gärt. Ja, hier ist die Rennende Helga hier. Oh, hau ab. Geh. Woanders. Ich bin gleich wieder tot. Ampyrrha. Ist nur da. Ich bin doch immer weg von mir. So, das war es jetzt mit meiner Munition. Hier. Verbind dich. Ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht nicht so spät abends aufnehmen, ey. Hahaha. Ja. Die kommen aber auch wieder von allen Seiten, ne? Ja, die hören hier alles. Hinter dir, hinter dir. Ah. Borklin. Jesus Christ. Superstar. Was ist denn hier für ein spaciges Auto? Guck mal hier. Das passt gar nicht hier rein, ey. Das ist ein Mustang oder sowas, ne? So in der Art. Das ist auch nicht. Ja, hier müssen wir nur töten. Nur. Such mal mit der nur. Ob das immer so leicht ist. Wir müssen hier nur töten. Ja, ich will damit nur sagen, dass wir halt eben nicht noch was mitnehmen müssen. You know what I mean. Ist hier ein Hund? Ja, hier ist irgendwo ein Hund. Warte mal, ich gucke mal, ob ich den gepult kriege. Ja. Ich sehe nicht. Da ist ne... Ne Gerda. Da haben nur noch schon überall nur noch Farrels hier oben drauf, ne? Ach Mensch, du blöde Kuh. Ah! Sombira. Ach, ich bin gleich wieder tot. Leck mich doch am Heck. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Jumps auch da mitten in den... Ich wollte da eigentlich... Ich hab gedacht, die würde mich nicht, aber sie hat... Stehste. Hey, hey, hey. Ja. Die Kriecher sind wild. Es gibt echt wilde Kriecher? So, Vudel, ich bin am Main-Stash. Toll. Komm mal hoch hier. Du kannst oder... Ich hab hier immer noch ne wilde hier unten. Oh, ey, der Bogen ist aber auch ein bisschen buggy, ne? Oh, hier. Oh, warte, ich komm. Oder hast du jetzt schon gelootet? Äh, nee, nur aus Versehen die große Kiste. Dann ist mir aufgefallen, aber das ist ja deine Folge. Ja. Toll. Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Ah, nee. So, das, das, das. Katzenfutter. Oh, ich hab ne Scrap-Shovel. Hab ich auch. Warum brenne ich denn? Hä, was hast du denn jetzt gemacht? Hä? Du bist übers Feuer hier gerannt, kann das sein? Ja, aber das ist doch nicht an. Wieso brenne ich denn da? Da brennt man. Ist das für ne Kack-Mod? Nein, das ist auch in der Vanilla so. Das ist auch in der Vanilla so. Weißt du, wenn es an wäre, würde ich es ja verstehen, aber... Bis es 2000. Ach, bis es 2000. So, wir sind fertig hier. Ja, 2000 spielst du und ich bin kein Anfänger mehr. Ja, ja. Ach ja, die Fudel. Die Ludelige. Boah, ey. Ganz ernsthaft hier. Was denn du, Fudel? Was nervt mich das an? Du Aua gemacht. Ey, guck mal, hier ist das CDC. Ich sauf mir erstmal hier die Hucke noch voll. Mach mal. Ich hätte dir auch Water geben können. Ich hab nämlich Water. Ist das Schwachsinn, wenn ich da Water nutze. I'm cooking the water. I'm making the clay. Making the clay. Ich hab' mir auch gerade im Kopf gehabt. Das ist, wir sind einfach grump geschädigt. Das ist einfach so. Wenn die, die DF spielen würden, die würden echt heillos untergehen. Ja, so wie wir. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer so richtig sehe. Aber damals war immer so, wenn du ein Haus hattest, wo schwarzer Rauch aufstieg. Da war dann irgendein Mod-Händler drin. Beziehungsweise was wie, wie, wie ein Vorsatz von, ähm, von dem, äh, ja, wo die Laserbänke und so drin sind. Ich hab' ne Crowbar gekriegt. Oh, das ist gut. So, ich nehm' an, beseitige Zombies. In Moe's Grocery. Das ist da, wo wir gerade bei dir mit waren. Ja. Wir sind die Quest durchballern. So, aber warte mal, wie spät haben wir? Hat der hier Automaten? 15.58 Uhr haben wir. Ja, ich krieg' natürlich wieder nur Scheiße. Ich hab Vehicles, verdammt, ach, das ist ja meins, ne? Ich bin ja der Ingenieur. Ich krieg' nur Kacke, ey. Ähm. AZZ Radio Station, was haben wir noch? Radio Station. Was haben wir noch? Alone. Scream Iron Picke. Aber ich geh' jetzt erstmal nach Hause und mich leermachen, ne? Ja. Weil, äh, unsere Bikes sind voll. Ja, wir sind komplett irgendwo. Oh, wow. Oh, die Jugend hier. So, Gefängnis. Da unten. Ah, um so ein paar Meter, ne? Ja, es ist halt ein bisschen... Ein Kilometer, echt? Ja. Ja gut, aber... Dafür sitzen wir im Gefängnis. Hier war ich drin vorhin, hier. In dem Fake Trader. Hm? Geil, ne? Ja, da kamen tausend Hunde. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft hab, da rauszukommen. Ich seh' auch da, die sind gerade den Händler am Auseinandernehmen. Weißt du, da denkst du an nix Böses, gehst da einfach rein, denkst dir, geil. Zweiter Händler. Aber hier ist nochmal Bob's Bars, das ist auch gut, wegen Supermais. Ja, und wegen Fleisch auch, ne? Ja, Gummifleisch kriegst du da. Ja gut, und du kriegst... Und die Schweinchen, die kannst du ja antöten. Ja, ja. Da hat Stimmt wohl, hier ist ein Cracker Book drin. Boah. Ah, jetzt fäng ich mit dem Bike auch schon drin. Wie viele Glowies jetzt hier überall schon stehen, ne? Warte mal, ich mach da mal mixed. Feicherpunkt mixed. Feicherpunkt mixed ist da, ist alles drin. Das ist ein Mod-Gebäude, das Kuppi-Markt. Mod-Gebäude sollten wir wahrscheinlich eventuell auch alle mitnehmen. Guck mal, hier ist auch wieder schwarzer Rauch, direkt bei uns am Gefängnis. Qualmt hier schwarzer Rauch aus dem Schrott-Dings hier. Uns aus dem Gefängnis? Boah, ich hab grad Lex des Todes. Nicht bei uns aus dem Gefängnis, sondern am Gefängnis, ziemlich nah dran. Warte mal, ich markier das mal. Rauch. Alter, du bleibst mit dem Kack-Bike an jeder Rille hängen. Und dann dreht er sich so eine Piourette auf dem Vorderrad. Die sind nervig. Wie nervig willst du sein mit dem Minibike? Ja. Ja, aber wenn wir jetzt schon, welchen Game-Stage haben wir? 64. Kuddel, wir werden untergehen. Wir werden auf jeden Fall sterben in der nächsten Horde. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, nicht nur Horde. Wir werden richtig Probleme kriegen beim Looten alleine. So, das packe ich da rein. Ach, jetzt ist das hier abgemacht. Jetzt kommt man hier so gar nicht rein. Doch, ganz mit dem Dings. Nee, den Turm. Ich hätte da vorher so ein... ...blues Ding drin gehabt. Ich baue mal ein paar Kisten, ja? Oh, guck mal, ich kann sogar beschreibbare... Oh, ich kann zwei beschreibbare. Mach ich mal. Ich habe in der Schmiede Nägel reingepackt. Oh, ja, warte, dann mach ich mehrere. Weil ich wollte hier nämlich, hier so, da wo ich jetzt die Blöcke hinsetze, ich überlege, dass man zwei normale Kisten, oder drei, an diesen Kisten hinsetzt. Ich baue jetzt fünf beschreibbare. Ja, weil hier kommt die zweite Forge rein. Nee, sechs. Entschuldigung. Also hier willst du Kisten machen, ne? Hier, wo du die Blöcke jetzt, okay. Genau, diese beschreibbaren sollen da rein. Okay, Lido. Gut war, die Sachen schon mal haben. So, ich bin draufgesteppt hier. Guck mal, dann kann ich doch hier unten, oder ich mach mal oben hier, äh, ähm, Stein. Ich mach hier oben ein Schmelze, ne? Schmelze, 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 schmelze. So. Dat kann da rein. Dat kann da rein. So, warte mal, dann mach ich hier. Ah, das sollten wir über Nacht auf, äh, also einräumen. Uh. Wie viel braucht man denn für der Classbook? Machen wir. Ich mach mal bei Schmelzen die Barren auch mit rein, ne? Ja. Blenk. Käper. So, warte mal, ich muss erst mal hier meine Kiste, äh, meine Kiste, meine... Soll ich das Tanning-Rack mal aufstellen gleich? Das müsste ein Ding sein, das müsste einfach nur irgendwo in irgendeiner Werkbank rein. Ach so. Kannst du sie gar nicht aufstellen. Okay, warte mal. So, hier ist Essen, dann packe ich hier mal eine Kiste schon mal für Essen hin. Wo soll ich die anderen Kisten hinpacken, wo willst du sie haben? Äh. Ja, ist eine gute Frage. Weil Stoff, Leder und Co. Ich kann das ja über die, über die, äh, Schmiede machen. Okay? Ich würd, mach das doch sonst hier oben rechts. Das ist hier oben rechts und dann machen wir hier eine Werkbank rein, dann. Ja, warte. Dann kommt hier Stoff. Stoff. So. Äh, da. Boah, ich bin grad total, äh... Warte, dann mach ich hier eine mit Elektronik. Kannst du noch Dings ausbrennen? Äh, ich weiß nicht, ob wir noch Leben haben. Ja, haben wir noch. Äh... Äh... Warte, ich kann noch, ich kann noch Kisten machen. Was soll ich ausbrennen? Nee, schon gut, ich kann noch. Hat sich erledigt. Also nix. Nein. So, Stoff, Leder, Co. Haben wir hier. Düp, 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 düp. Oh Gott, ey, warte. Hör doch mal auf. Spielkit. Mö, wie hast du überhaupt hier gemacht? Habe ich was gemacht? Also hier so in die Ecke reingedrängelt. Du hast doch gesagt, ich soll das da so reinpacken. Eine so und eine so hier, wo das Fenster da im Weg ist. Hätten wir dann... Ja, jetzt habe ich es so gemacht. Oh, die kann man ja notfalls wieder abbauen. Können wir erst mal so lassen. So, ich mache jetzt mal hier. Teile und Motz. Und da mache ich... Ich würde sagen, du nimmst ja auf. Ich mache wieder das Langweilige und fahre weg. Ich mache wieder das Langweilige und fahre weg. So, ja, ich... Den Umzug da. So, was auf. Dann können wir nämlich hier... Warte mal, wie heißt denn der Händler hier? Das ist Händler Ju und da hatten wir... Sol. Ah, scheiße, ey. Ah, das ist kacke, dass die unterschiedlich sind. Dann müssen wir da komplett wieder hochquesten. Ja. Ja gut, aber das sollten wir gut hinkriegen. So, ich packe mal... Ich packe mal hier die... Sachen, die in die Werkbänke reinkommen, bei Werkzeuge mit rein, ne? Ja. Wir müssen halt alles, wirklich alles wegscrappen, damit wir die Items dann bekommen. Mein Bike ist schon wieder fast leer, ey. Das ist echt... Das ist ein Witz. Aber gut, ich habe noch 400 Sput. Die Werkbänke noch holen. Die andere Schmiede. Ja, nimmst du die dann mit? Wenn ich sage, ich hole die, dann nehme ich die mit. Oh ja, 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 sorry. Ich habe, äh... Das impliziert das... Ich bringe das... Ich hole das mal. Ey, ja, ist ja gut, ist ja gut. Komm. Hm? Ne, 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 die Fudel, die ist nicht... Die ist nicht... Nee, ich bin heute... Ich bin total Brain-Afka heute. Montagabend, obwohl du kriegst nichts auf dem Kasten hier. Ja. Es tut mir leid. Naja. Aber mein Highlight-Aufnahme-Session ist echt ein Tod. Ey, du bist so eine Arsch... Ey, Sarah, du bist... Wie du da raus bist... Ich habe schon... Bevor die Tür zu war, habe ich schon gesehen... Okay. Jetzt ist er immer noch hinterherkommen können. Hey, der hätte Fahrradkette. Naja. So, und wir haben ja hier eine Regel, ne? Bei uns gibt es keine Holzkiste, ne? Oh ja, sonst gibt es Tote. Sonst gibt es... Sonst muss ich dich leider ermorden. Ich dich? So. Musst du gehen raus an Magic Maeve? Verteidiger der Holzkiste? So, ich bin gleich zu Hause hier. Also im Alten noch. Damals, als wir hier noch eingezogen sind. Kartoffelkrieg. Kartoffelkrieg. So, wir haben hier Besuch. Warte mal, ich gehe mal gucken, wo die sind. Wo die rumgammeln. Wobei, auf die Uhr? Das ist... Das ist so nervig hier mit dem... Kleiner Bordstein und das ganze Bike dreht sich. Das ist wirklich ätzend. Das habe ich letztes Mal auch schon, ey. Also in der letzten Folge. Habe ich auch gedacht, boah. Who the fuck? Warte mal, ich wollte auf die Uhr gucken. Wir haben... Äh... 18,53. Ja. So, nehmen wir mal die Sachen mit. Sehr gut. So, Mädel, du machst hier keinen Stress mehr. Gut. Aber wir sind auch eh schon am Ende einer Folge wieder, Herr Soenbührer. Ja. Wir sind zirpeln. Deswegen. Ich muss mal sagen, machen wir hier Schalus. Ich gucke noch mal, ob ich ein bisschen was ausbrennen kann für mehr Kisten. Ja. Und würde sagen, Leute, in der nächsten Folge wieder beim Soenbührer. Mhm. Und ja, es war sehr schön, dass ihr alle da wart. Ich weiß zwar noch nicht, ob ihr alle da wart, aber es war sehr schön. Wir hoffen es, wir gehen davon aus. Warte mal, ich mache mal 120... ...die das Format feiert, Leute. So, genau. Leute, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschalten, äh, zugucken. Nächste Folge wieder beim Soenbührer. Ja, nicht vergessen, ihr braucht einfach nur in der... Ähm... Playlist bleiben. Playlist bleiben, genau. Ja. Also, macht euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye.